Jo Leute und das ist mal ein kleines Nebenvideo und zwar geht es um die Bestrafung der Ex-Challenge. Ich habe mich für die Zitrone entschieden. Danke für alle Einreichungen der Bestrafungen. Alle waren wirklich super toll und ich habe mich halt für die Zitrone entschieden, weil ich gerade zufälligerweise im Supermarkt war und eine Zitrone gefunden habe und sie auch in der Bestrafung drin stand und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ich muss dabei wohl anmerken, ich esse nur eine halbe Zitrone und das soll jetzt nicht like a pussy oder so sein. Ich habe noch nie eine Zitrone wirklich gegessen und bevor ich mich an eine ganze Zitrone traue, nehme ich lieber eine halbe und das ist Bestrafung genug. Also ich finde, die Zitrone ist nicht scharf, aber die hat einen ekelhaften Geschmack. Und ein bisschen fühlt sich das an, als würde da jemand auf meinen Lippen rumhemmern. So Leute, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt habt ihr mich komplett am Blut zerstört. Erst wurde mir schlecht wegen dem Wasser, weil ich es nicht gewohnt bin und die Kohlensäure. Dann esse ich jetzt die Zitrone. Ich kann ja mehr, ey. Und wenn ihr nichts mehr verfassen wollt, dann checkt doch unbedingt morgen mein neues Video aus. Typisch Lehrersprüche. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen oder nächste Woche auch zu einem neuen Video. Bis dann. Ciao. Adios. Ich gebe mich jetzt immer gegen.